Köln Anfang der 90er Jahre. Wir nähern uns der größten Stadt im Westen Deutschlands aus der Luft wie einem fremden Planeten. Maximale Ausdehnung von Nord nach Süd 32 Kilometer, maximale Breite 24. Die wichtigsten Daten. Eine Million Einwohner, 500.000 Wohnungen, 500.000 Autos, 500.000 Jobs. Etwa 300.000 junge Leute gehen zur Schule oder studieren. 50.000 sind im Kindergartenalter, 150.000 sind Rentner, 10.000 sterben pro Jahr, etwa genauso viele werden geboren. Der Rest vielleicht unbekannte Privatiers, Künstler und Lebenskünstler oder Ausreißer wie in den besten Familien. Um es klar zu sagen, auf die Frage nach ihrer Lebenszufriedenheit im Köln der 90er Jahre antworten konstant über 90 Prozent der Einwohner mit gut oder sehr gut. Also erwarten wir eine Stadt in bester Laune. Man hat den Eindruck, fünf Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg ist Köln ein für allemal fertig gebaut. Doch auch die 90er werden zu einer Epoche der prägenden Veränderungen. Mit dem Mediapark stellt die Stadt Köln die Weichen für ein Stück Zukunft. Mediapark und Köln-Arena werden gebaut. Die neuen Wahrzeichen glänzen für die Idee von Köln als Deutschlands Film- und Fernsehhauptstadt. In einem Aufwisch positioniert sich die Stadt ab jetzt auch als City of Events und setzt damit Millionen Menschen in Bewegung. In der Jugendkultur wird Köln zur Hochburg von Techno und Hip-Hop. Pop-Kultur wird zum Imageträger der Stadt und Wirtschaftsfaktor. Doch die Verluste von zehntausenden Arbeitsplätzen in der Industrie kann der Medienboom nicht ausgleichen. Die ein Mercedes so zu knacken, da ist kein Schaden dran und nichts. Das sind wirklich handwerkliche Fähigkeiten, die man nutzen müssen. Das Wichtigste ist den Kölnern in allen Umfragen auch damals schon die Umwelt. 120 Jahre alte Eichen. Doch nur wenige wollen die Mächtigen darauf festnageln, ihre Verpflichtungen auch einzuhalten. Jeder rennt dem Geld hinterher und das Geld kann man im Endeffekt den Wirkschnitt essen. Der Christopher Street Day wird zum Symbol einer toleranten Stadt. Die Zeit des Fragens, ob wir mitmachen dürfen in dieser Stadt, ist vorbei. Empört reagieren die Kölner auch auf die explosionsartige Zunahme von rassistischen Gewalttaten in ganz Deutschland und kommen zu einer der größten Kundgebungen der Stadtgeschichte zusammen. Unser Willi Milowitsch. Milowitsch ist doch kein deutscher Name. Meine Familie kommt nämlich vom Reihen. Seid stolz darauf. Die kölschen Wurzeln und Traditionen wirken immer noch als Kitt zwischen den Milieus und den Generationen. Wir sind nicht deutsch, wir sind kölsch. Vor allem da, wo die Menschen leben, in den Veedel. Dass all dies nun mit einem Abstand von rund 30 Jahren wiederentdeckt werden kann, verdanken wir den vielen Menschen, die sich in den 90ern von der neuen Videotechnik haben begeistern lassen. Kameraleute von Berufswegen, Amateure und die vielen Familienfilmer aller Generationen, die dafür sorgten, dass die gefühlt endlos langen Kassetten voll wurden. Immer noch der Ahlerspruch, bis das der Tod erscheint. Nee, da kannst du nur sagen, lieber Gott, hol mich. Machen wir uns gefasst auf Kölle on Camcorder. Eine Filmreise in die 90er Jahre. Aber noch der Jahr credibility. Bis dann. Mittwoch, das ist eine Filmreise in die 80er Jahre. Untertitelung des ZDF, 2020